Mein Name ist Ines Rathmann, ich bin Geschäftsführerin der HOLL GmbH in Mark-Lehberg. Dieses Unternehmen wurde 1948 von meinem Großvater gegründet. Wir unterstützen das Moonbuggy Team mit unserem Know-how. Unser Know-how ist die Blechfertigung mittels Laserschneiden, Abkanten und Schweißen. Und in so einem Moonbuggy kommen allerhand Blechteile vor. Wir erwarten natürlich die Förderung von Jugendlichen, weil die Jugendlichen sind unsere Zukunft. Auch wir brauchen immer wieder junge Leute für unsere Produktion, die hier eine Ausbildung anfangen. Und gleichzeitig erwarten wir auch Netzwerkbildung, dass wir auch Werbung machen für unser Unternehmen, mit anderen in Kontakt kommen. Wir wünschen den Moonbuggy weiterhin viel Erfolg, gutes Gelingen, viele interessierte, engagierte Jugendliche und natürlich auch Förderer. Wir wünschen uns mit einer Wiedergestellung der niño keine Schwrove. We sind unsere Welt. Letz Fliege und eine Withoutonymus Frau Scherzer macht den Training. A schwer unternehmen Sie. Untertitelung des ZDF, 2020